Es ist mir scheißegal. Ja, jetzt kommt das Ding da. Da komm ich her. Irgendwie erinnere ich mich hier an diesen Gang. So, auf jeden Fall schon mal so im Ähnlichen. Jetzt mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Da liegt was. Diese Atmosphäre, ne? Glatt wie auf Mallorca. Ja. 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 Da kenne ich grad ne Glasflasche. Ah! Da ist die. Hm, nimm mal schön weiter nach unten. Wup wup! Oh mein Gott! Ich kann's kaum fassen, dass der Wächter tot ist. Alles was danach kommt kann nicht so übertrieben sein wie dieser Typ. Ich weiß, dass der glaub ich irgendwann nochmal kommt. In Kombination mit diesem Fünf-Arm-Vieh, was anscheinend sogar nen Namen hat, wie ich gelesen habe. Oh Gott im Himmel, ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Du hast gar nicht geguckt. Und ich hab immer noch keine Munition. Könnte Gott sein. Ja toll, da hinten strauchelt doch schon was vor sich hin. Ganz, ganz toll. Na immerhin. Ich hab's geschafft. Ich brauche Munition. Das sieht einfach nur geil aus mit dem Wasser was da runter läuft. Oh oh, ich glaube es hat mich entdeckt. Um. 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 der sein und holt dann die anderen. Bäh. Was ist das? Ich bin gerade am überlegen, ob ich gegen solche Viecher vorher auch schon gekämpft habe. Ich erinnere mich nämlich an solche Viecher überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, das in Leicht gespielt habe, wo mir dann die Playstation abgestürzt ist. Aber ich erinnere mich nicht an so komische, ekelhafte Viecher. Ach, scheiße. Waren hier nicht gerade drei? Wenn ich doch nur Munition für das Scharfschützengewehr hätte. Ja, so verballere ich nur meine Munition. Und da ist der dritte. Ja, toll. Das kann ich mir auch gleich in den Kopf schießen mit den übrigen Kugeln. Ja, schleicht mal hier hin. Wenn ich rausgefunden habe, wo ich lang muss, dann bin ich hier sowas fortweg. hauptsache der Typ macht erstmal eine Verschnaufpause. Also, ich chill jetzt mal ein bisschen hier, ne? Also, ich bin gerade ein bisschen platt. Das sind ein paar Monster hinter mir, aber das interessiert mich ja gar nicht, weil ich chill einfach. So. 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 Komm her. Kommst du jetzt mal bitte? So. Jetzt gib mir Munition. Hallo? Gibst du mir bitte Munition? Oh mein Gott. Amen. 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 Ich muss mal ganz kurz was gucken. Amen. Ich musste eben was wegen Mittagessen klären. Offensichtlich bestellen wir nämlich heute, weil wir dekadente Schweine sind. Ach Mensch, ich könnte schon wieder weinen. Komm schon. Gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Ja? Es geht nicht weiter. Aber immer schlechte Schweine sind sch supp 就 allake. Ja? 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 Oh oh, sie haben mich entdeckt. Okay, sie haben mich entdeckt. Da macht es jetzt auch keinen Sinn mehr zu schleichen. Oh oh. Ich muss irgendwie hier lang. Oh, sie haben mich entdeckt. Oh, sie haben mich entdeckt. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ach so. Ach so. Das war's für heute. Das war's für heute. Muss ich das durchschießen? Ähm. Was? Ah. 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 Wenn ich eins nicht abhaben kann, dann hättest du es den ganzen Tag an meinem Ohr. Richtig Kopfschmerzen. Ich renne jetzt einfach durch. Wisst ihr? Ich renne jetzt. Ich renne jetzt einfach durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.